War aber auf jeden Fall ziemlich lustig Hat Bock gemacht, seit lange mal wieder Das bei CS echt selten ist Lass ich mich den Dolchen mal beherrschen Scheiße Ach komm Ja wird aber schwierig mit neuem Leben jetzt Keinen Heiltod mehr Kann ich nur noch durch Luck kriegen Was heißt, dass du ihm jetzt nicht verraten würdest? Er weiß das Er hat 23 externe Softwareprogramme neben Harz zu laufen Um zu gucken was ich alles so benutze Und wie Wenn ich mir mit der Maus in der Nasen Er braucht nicht 23 dafür Er macht einfach die Kamera hinter deinem Rechner an Ja ne ne, der hat da schon seine Methoden Oder er macht seinen TeamViewer an Alter TeamViewer läuft ja sowieso die ganze Zeit Das hat Tempest bisher nicht gemerkt Also pssst Bei CSGO lässt du ihn meistens mitlaufen Damit er einen oder zwei Millimeter über den Kopf zieht Und nicht mehr trifft Aber jetzt hier noch knapp Tempest Ja wird auf jeden Fall super knapp Aber für mich knapp Aber für mich knapp An Ort brauche ich alles Ich brauche Das hier Das hier Das hier Das hier Das hier Und das muss reichen Und das reicht Das ist so scheiß Öl du Mutl Das hier Hat aber Glück gehabt Geh erstmal aufs Klo Kann was dauern Ja Wann wolltest du ne Runde Dinges zocken? Also ne Funrunde CSGO Würde ich jetzt machen Ich kann zwar keine Competitive Nummer machen Aber Keine Ahnung Den normalen Spieler und so weiter Weil wie gesagt Ich will mit meinem Crossherr ein bisschen üben Ich habe mir Ich habe mir In der Beschreibung verlinkt Übernommen Ja Ist das dynamisch Oder feststehendes Crossherr Äh dynamisch Okay Ist sehr sehr eng bei einer AK und bei einer M4 Damit ich auch bloß den Kopf treffe Aber bei sowas wie Pistolen oder Schrotflinten ist der relativ weit Bei Pistolen Jawohl bei Pistolen kannst du auch ziemlich geil den Kopf treffen Äh Ja das schon oder so Man muss sich halt nur echt zwingen Immer dann zu schießen wenn man auch treffen könnte Und nicht einfach nur voll drauf halten Das so wie ich also Ne das mache ich auch Aber das manchmal geht das auch Aber es ist am besten wenn man wirklich denkt so Ha jetzt habe ich den Kopf Und wenn der mit der AK dann daneben schießt dann hat er verloren Äh 23 Du wuchs lach schon Du weißt dass ich die Hälfte meiner Kills gestern Wenn ich den Kopf getroffen habe Äh wirklich nur aus Luck gekriegt habe Wie gestern diese eine Situation wo du mir zugeguckt hattest Wo ich äh auf Ähm Inferno Aus dem Haus raus gehüpft bin Und den Typen eigentlich nicht mal anvisiert habe Und mir den Kopf getroffen habe Ja im Sprung noch Ja Genau Und der Witz war ja dann so Du hast das als so gegeben Hingenommen aber der hätte sich jetzt auch fürchterlich aufrückt Ja das geht doch gar nicht und so Aber genau das Ist ja dann lustig an der Sache Und da muss man noch nicht mal schieben für Das kommt einfach so Und das ist einfach immer gut Also Ich bin echt gespannt was ich für einen Rank kriege Wenn ich morgen meinen Rank mache Denn sobald ich freigeschaltet bin Bin ich heute nicht mehr zuhause Jojo Was Sobald du freigeschaltet bist Bist du nicht mehr zuhause Ich darf in Viereinhalb Stunden oder sowas Wieder die nächsten Rank machen Die dann äh Für meine 10 Q-Spiele gewertet werden Achso ja das kenne ich auch noch von mir Das war großartig Aber ich bin heute Abend zu der Zeit Wo ich freigeschaltet werden würde Oh ich bin sogar nur noch 2 Stunden 48 Gar nicht mehr zuhause Ich bin heute Abend unterwegs Okay Einfach wird immer konfusener hier Macht wer mit dann neu oder Wann? Ja jetzt Jetzt wollte ich ein bisschen CSGO Achso ich dachte du bist gesperrt Ja äh so Funspiele Nicht äh gewertet Einfach so langweilig Einfach so mit dem Crosshair ein bisschen üben KOTZER Und was? Ja da Dann gehen wir in irgendeinen Stand Mit dem Fadenkreuz hat er sich gebaut Was für'n Fadenkreuz? Der KOTZER Den Kreuzer Den deutschen Kreuzer Genau Den Fadenkreuzer Könnt ihr bitte aber alle bei Schnappesuhn einschalten? Wer ist Schnappesuhn? Wer ist Schnappesuhn? Ja ein Wer bekannter deutscher Prümer Ich weiß nicht Rackers bist du Nein Glauben schon Naja aber es ist aber irgendeine von dem man kennt Ist doch der Grün oder nicht? Nein Scheiße beim Scheißen ist halt Ich bin der einzige Zuschauer gerade Nein Wenn man sich den Arsch abwischt Und dann auf einmal merkt Dass man das Toilettenpapier durchstoßen hat mit seinem Finger Weil ich nicht gehört habe bei dir Das bin aber nicht ich Aber irgendjemand der hier in diesem Channel sitzt Ist das Das ist richtig Ist das Ey Wer schaut zu? Auf jeden Fall folgen und teilen Gibt auch einen tollen YouTube Channel dazu Ich poste ihn gleich Oh das ist aber lieb von dir Oh geht dieses Schnappelhuhn gepostet los Ich habe gerade draufgeklickt und habe gedacht er sei es Aber in dem Moment in dem der Stream geladen hat Habe ich mich gerade selbst gehört Das heißt irgendjemand in diesem Channel ist es Der Klose Diablo 2 spielen sie gerade bei Games Dunquill Guck schon die ganze Zeit Du hättest Diablo 1 sehen müssen Irgendwie 15 Minuten gebraucht oder so Diesel machst du mit? Was? So ein paar Open Games Gegen normale Spieler So Deathmatch Here's go Competitive wäre ich dabei aber Competitive kann ich erst wieder in 3 Stunden Außerdem ist der Ranked Aber er ist ja dann gar nicht mehr da wie so hin Schon in 2,5 Stunden Ne ich bin doch mittlerweile wieder geranked Ich habe doch extra schon auf dein Smurf gelockt deswegen Auf welchem Smurf bist du denn? Auf welchem Level bist du denn auf deinem Smurf? Mg2 oder so Ja Moment mal wir können doch trotzdem Competitive machen Und äh Ja dann wird das nicht angerechnet Aber du müsstest ja den Modus machen Ne kann er nicht Ne kann er nicht Hey was ist denn das? Für'n Scheiß Alter Trink Destriction bla 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 Du kannst nur 2 Siegeln glaube ich pro Tag haben Gratulation zu ihren letzten Bettenkampfsdeen Die müssen ja nicht gewertet werden Die können man ja so einladen Ja die werden aber das ist Nein du kannst nur 2 Competitive am Tag machen Das ist halt einfach damit du als Hacker Nicht dich eben Nein Ne hochboostest weißt du Ja ja ok Deswegen haben die das eingeführt Weil das ist quasi so präventiv dagegen Ja das ist schon nicht schlecht so Aber es ist ein bisschen nervig Ja das schon Und außerdem kann man dann Nach spätestens 5 oder 6 Tagen Wenn man dann gematcht ist Einfach anfangen zu hacken Und sich hochboosten Ja aber es dauert halt einfach länger Und die meisten Hacker Die haben halt einfach keinen Nerv dazu Wenn die Account wieder nach 2 Tagen gebannt wird Ich frag mich irgendwie Warum sich Leute so oft CSGO für 15 Euro holen Nur um dann kurz 1-2 Tage zu hacken Ach das ist wieder für 5 Euro im Sale irgendwann Dann kaufst du es dir fettig Ich hab mir das ja auch im Sale für 5 Euro gekauft Wobei auf meinem Main hab ich es mir nicht für 5 Euro gekauft Sondern da hab ich mir einfach dieses Package gekauft Weil das billiger war als mir noch CS Source zu kaufen Was ich nie zocken werde Aber es geht einfach um das Oh ich hab jetzt CS Source Und 5 Spielstunden da drauf oder so Der Niklas hätte sich darüber gefreut Wenn du mir alles mit ihm gespielt hättest Ja weil der Niklas auch scheiße ist Ich hab noch nicht die wahren Äh Abgründe und Ich hab von Ich hab Niklas gespielt Stimmt Wow ich könnte Schläf warum sagst du eigentlich die ganze Zeit nix Ach ich meinte den Schläf nicht den Krü Worum es auch immer ging Um den Stream Jaja Wow ich könnte meine Chroma 2 Kästen für 6 Cent verkaufen Wir sind gleichzeitig das Wertvollste was ich auf dem Account habe Ich hab alle meine Skins verkauft damit ich mir eine Pizza kaufen kann Und Das war das geilste Ja und 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 Damit ich den Borderlands Free Sequel kaufen konnte Ja Ich hab eben die äh Sticker die wir damals für 40 Cent gekauft haben Ja Jetzt teilweise 3 Euro wert NEIN Noch NEIN Ich hab dir vielleicht glaub ich einen Euro verkauft oder so Oh fuck Also ich lass mich noch ein bisschen rein Der Schläf hat das letztlich ähm Erörtert ist dass es sich doch lohnen würde So umsonst Spiele sich zu holen bei Steam Äh Die Sticker Droppen Dann spielst du die schnell durch und dann verkaufst du die Sticker davon Und dann klickst du auch Geld daraus Ja aber die sind ja alle die 10 Stunden lohnt von 30 Cent Wow Die sind verschieden wert Das ist ja gar nichts mehr wert Und Ja aber du zahlst ja auch nichts für viel Ja die sind ja mindestens 30 Cent wert Viel länger Kommt der jetzt online oder nicht? Ja 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 wir können auch kein Competitive machen Ja aber wir können schon normal spielen Ja we 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 Wir schießen so ein bisschen Ja aber der Talz der Heck noch eh Haben wir doch vom Huren gelernt Wissen wir gar nicht Ja Da war es bestimmt Wir waren denn bei uns im Team Äh Schläf war noch bei euch Huren Ach letztes Mal ja Äh Das war so geil ey Ich hab gefeiert Ich hab die so